hallo da draußen willkommen zu einer neuen folge newscore mit tommy und heute geht es mal um drum charts also wie man sowas in newscore umsetzen kann da habe ich jetzt hier schon mal was vorbereitet das sieht dann hinterher so aus und zwar hat mich ein kollege letztens gefragt hier tommy wie kann ich denn im newscore solche stichnoten so gesehen über diese notation drüber machen dass der schlagzeug ungefähr weiß was er da machen soll und da hatte ich direkt schon eine idee es funktioniert auch genauso wie ich mir gedacht hatte und ich würde sagen wir gehen mal direkt in newscore und dann erkläre ich mal was ich gemacht habe beziehungsweise eine kleinigkeit noch zum thema drum charts also man sagt ja oft auch wenn man jetzt so noten hat das ist ein bisschen ist halt ein drum chart also es ist mit charts und cheats was ist da eigentlich der unterschied also ich will jetzt nichts falsches sagen aber nach meinem kenntnisstand also ein chart ist so wir haben wirklich nur so basic informationen wir haben hier drüber stehen was es ungefähr für ein stil ist im idealfall hätte man das tempo noch so grob hingeschrieben habe ich jetzt hier vergessen aber machen wir dann im projekt so eine grobe groove idee wobei das jetzt auch schon wieder sehr ausführlich ist tatsächlich und dann meistens sind einfach nur so schrägstriche ja und diese schrägstriche das bedeutet net pause manche sehen es auch als pause das bedeutet wir sollen hier einfach diese vier viertel halt grove weiterspielen dann sehen wir hier so wie gesagt so kleine noten halt eigentlich ist es so also zumindest steht so im buch vom dirk brandt drum chart reading für schlagzeuge heißt das glaube ich gerade mal gucken ich hab sie irgendwo hier rumliegen chart reading 1 für schlagzeuge genau da hat es so beschrieben dass wenn das so ja ich nenne es mal stichnoten unter dem begriff kennissen aus der blasmusik halt eben wenn das so kleine noten halt oben drüber sind dann sind das section figuren also das heißt das ist nur angenommen wir hätten jetzt eine big band ja die spielen und irgendeine section blazer section sagen wir mal trompeten oder saxophone die spielen dann halt diese rhythmische figur irgendwie das bedeutet für uns das kann man mitmachen muss man nicht unbedingt ja und man soll es auch nicht zu stark irgendwie akzentuieren weil es halt nur so eine nebenrolle ist das macht halt eine section könnte man so ein bisschen im grub mit einfließen lassen zum beispiel oder hier auf der 1 mit einer hyatt öffnung aber nicht mega monster fällt drum rum basteln oder sowas und sowas wenn das so drin steht dann sind das tatsächlich ensemble figuren das bedeutet das würde dann die komplette big band spielen deswegen sind die dann meistens so ein bisschen dicker und hier also dass man so wirklich lesen kann hier das ist wichtig das musste exakt im besten fall genau so spielen da kann man natürlich schon die lücken ein bisschen auffüllen immer muss man aber auch nicht unbedingt manchmal ist es auch ganz cool wenn du einfach nur da 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 und dann geht es halt eben weiter so sehr relativ kurz ich habe einfach nur sechs takte gemacht so und wie ich das ganze gemacht habe das zeige ich euch jetzt gleich mal im new score gehen gehen wir da mir direkt rein so das ist mein projekt so hat es hinterher ausgesehen wie es dann ausgedruckt habe wie gesagt kam dann das hier raus das heißt hier sehen wir dann tatsächlich nur noch diese schrägstriche der kopf ist weg warum jetzt hier der kopf trotzdem drin ist hat folgenden grund und zwar man kann das weglassen wenn es ein netz stört angenommen das ist jetzt wirklich so eine bearbeitung oder ja so ein kleines stück halt für kann man mal schlagzeug bass gitarre keyboard so kleine band besetzung halt eben ja und man will so bis dann auch hören passt das alles einigermaßen zusammen ja passt das schlagzeug kann man zum bass mit der basslinie so machen und wenn wir nur die schrägstriche haben dann passiert halt an der stelle wirklich nichts deswegen finde ich das ganz gut dass man halt das schlagzeug kann einfach ausblendet und hört aber trotzdem den kuf ich spiele es gerade mal kurz ab damit ihr wisst wie ich das meine genau ja also hier ist jetzt gehört man nur so ein scheiner da ist jetzt nicht der kuf unten drunter das hätte sonst mit der notation nicht gescheit funktioniert oder ich hätte das auch noch aufs dritte layer machen müssen das jetzt auch kein problem wäre also weil das jetzt zu kompliziert werden würde das ganze hier irgendwie alles auseinander zu nehmen habe ich mir nur mal ein neues projekt angelegt einfach so und ich erkläre einfach mal wirklich von vorne bis hinten was ich gemacht habe ich habe erst mal hier mit meinem kruf angefangen also und wir sehen da sollen ja so ein paar ghost notes rein ja das hatte ich auch schon mal in einem anderen video erklärt müsste man der playlist schauen mit den ghost note kann sein dass bei notenköpfe bearbeiten war oder ich weiß es nicht mehr in welchem video das erklärt habe auf jeden fall habe ich jetzt hier die noten ausgewählt die später meine ghost notes werden sollen und gehe hier einfach auf wenn der inspektor an ist das wäre über ansicht also falls der bräuchte an ist einfach hier den haken rein machen da steht zwar sollte auch über f8 gehen das hat bei mir noch nie funktioniert so und dann mache ich hier bei note einfach den haken auf klein und dann haben wir die so in klein so die snare drum klingt jetzt auch ein bisschen anders als die ghost notes das wirklich der rimschutz sound das könnt ihr einfach mit den pfeiltasten machen also fehlt die note aus dann fall nach oben und dann klingt das anders also drin klickt dann großnoten dann im shot das soll eine großnot sein dann habe ich hier noch akzente drüber gemacht das ist einfach bei hier artikulation das mache ich meistens so dass die dann halt drüber sind so dann das nächste das müsst ihr tatsächlich auch schon relativ am anfang machen also am besten möglich als ersten schritt dann nachdem ihr den grub aufgeschrieben habt dann ist es einfacher ich habe mir das nämlich alles auf die zweite layer gelegt so jetzt könnt ihr entweder über schlagwerk bearbeiten alles nacheinander durchgehen und jeweils auf die standard stimme 2 legen noch mal wieder zurück das dauert jetzt auch nicht so lange tatsächlich das geht relativ flink so es gibt aber noch die möglichkeit ihr wählt den takt aus und klickt dann hier auf zwei das sieht jetzt ein bisschen merkwürdig aus weil wir jetzt auf dem ersten layer das was wir hier als rhythmische information stehen haben das ganze halt jetzt eben als pausen da haben so dann habe ich als nächstes mit schrägstrichen füllen gemacht so und diese nämlich jetzt auf dem ersten layer tatsächlich so jetzt kopiere ich mir das ganze mal so jetzt will es so haben dass im ersten takt soll der groove sichtbar sein das heißt ich mache mir hier die ganzen schrägstriche wähle ich an gehe hier auf element sichtbar und macht den haken raus dann sind die so grau hinterlegt so hier will ich jetzt nur die schrägstriche haben das ist jetzt ein bisschen blöd jetzt muss ich mich tatsächlich irgendwie alles so einzeln auswählen damit ich die schrägstriche nicht mit drin habe sonst geht das nicht aber das macht ihr einmal und dann ist es auch okay oder ihr macht es vorher schon unsichtbar das wäre natürlich die schlauere variante gewesen ja ich mache das vielleicht sogar vorher so bevor ich die schrägstriche rein macht kopiert euch das schon einmal und macht dann wenn macht dann hinterher also wenn es grau hinterlegt ist schon macht er hinterher einfach die schrägstriche erst rein das ist ja noch mal einfacher gut das gehe ich hier auf und also sichtbar raus damit man halt wie gesagt wenn man das anhören trotzdem den grub auch noch hören ist zwar hinterher sind dann nur die striche aber auch ganz schön wenn wir das so einigermaßen hört so dann formatiert das schon mal so grob ist dann hier im projekt war so dann sollte hier sollte so ein bisschen eine rhythmische information sein dann geht man erst auch wieder auf mit schrägstrichen füllen dann gehen wir wieder in den noten eingabe modus so und jetzt sehen wir wir haben jetzt hier nichts dass das halt eben so aussieht wie ich das hier gemacht habe so das heißt ich habe mir hier einfach irgendeines weil wir haben hier genügend becken zur auswahl ja und also in der notation kommt jetzt gar keins vor selbst wenn eins vorkommen würde hätten wir ja immer noch genügend zur auswahl ja deswegen ich bin hier einfach zu schlagwerk bearbeiten gegangen und habe mir einfach das china genommen das brauchen wir jetzt nicht unbedingt das müssen wir uns auch auf die standard stimme 2 legen so notenköpfe bearbeiten brauchen wir jetzt das habe ich auch mal einem anderen video erklärt also und das soll jetzt einfach so ein ganz normaler notenkopf sein das heißt ich suche mir jetzt ganz normalen notenkopf der ist umkreis das will ich nicht genau so wenn es eine halbe sein soll dann brauchen wir ohne x bitte genau und bei einer ganzen halt das das brauchen wir jetzt nicht bearbeiten weil eine doppelte ganze note kommt bei mir hier in der notation ist nicht vor es kommt eher sehr selten vor so dann gehen wir auf anwenden und auf ok so und jetzt kann ich mir hier nämlich wenn ich mein ok das muss ich noch mal nach bearbeiten wo ist man scheiner da hat das nicht übernommen dass das in der doch natürlich klar musste auf der stimme 2 sein sonst funktioniert das ja mit den flashes nicht mehr genau also das passt doch genau jetzt kann ich mir hier nämlich einfach meine rhythmische informe information rein machen punkt raus so und das ist es schon ja das sieht dann so aus manchmal sieht man das auch dass das dann halt schon ein bisschen kleiner ist und sieht dann so aus so in dem konkreten fall in um den es ging war das jetzt so gedacht dass hier so kicks sind ja und der schlagzeuge soll darum halt einfach solo spielen das müsste man im idealfall dann einfach noch drüber schreiben einfach hier note auswählen dann systemtext oder was auch immer rein machen das halt der schlagzeuge weiß okay das sind nicht nur irgendwelche kicks ich soll um diese kicks rum halt solieren ja oder filz rein spielen genau das am besten drüber schreiben ich gerade noch schnell macht falls mich nervt hier diese diese einrückung das ist immer hierbei formatierung stil so einrückung einschalten und was auch nicht brauche ist die taktnummerierung ok weil die interessiertesten netz so dann hatte ich das hier ja so als wiederholung gemacht so und dann zeige ich mal kurz wie ich das andere gemacht habe da war ja hier dann auch noch ein takt ich kopiere mir welchen machen wir ja ich glaube da hatte ich einfach so was hier wieder rein gemacht einfach mal um es zu zeigen so einfach das netran nehmen so für alle schlagzeuge unter euch die das buch von ted reeds syncopation kennen das ist hier der takt der erste takt aus exercise worden also die leseübung das haben ganz viele schlagzeuge schon durchgemachtes buch vor allem die ganzen leseübung und also ich glaube fast jeder schlagzeuge der das buch mal durch gespielt hat der kann exercise one komplett auswendig da 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 dann geht es weiter da da so aber das nur am rande genau habe ich hier einfach das näher eingemalt und dann halt werkzeug rhythmische slash notationen umschalten also eine slash notation hat jetzt nichts mit dem gitarristen zu tun sondern das heißt einfach das ist hier keine festgelegte trommel sondern einfach nur so ein rhythmus bild gehen hier die notenköpfe wieder nach unten das können wir entweder hier umschalten oder wenn man auf der tastatur einfach nur das x drückt achtung genau dann schaltet es auch um und genau das war es eigentlich schon wird es sind meine akzente irgendwie verschwunden aber das ist jetzt auch egal ja genau so funktioniert es im groben also wie gesagt man muss das nicht machen dass der grove hier im hintergrund dann noch mit dabei ist aber das ist manchmal ein bisschen cooler wenn man an dem projekt arbeitet damit man ungefähr weiß wie das klingt wenn ich das jetzt mal anschalte naja was noch gemacht habe ganz kurz ich habe hier weil es ist für den schlag so ganz praktisch wenn er ungefähr weiß was soll das denn für ein stil sein hinzufügen text und dann habe ich einfach wo war das denn ausdruckstext glaube ich habe ich genommen einfach hingeschrieben funky so im text könnt ihr das auch machen dass sie einfach hier dann steht da oben drüber so und dann habe ich hier bei text rahmen einfach ein rechteck genommen sieht irgendwie also man sieht es halt oft so sieht ein bisschen ansprechender aus ihr könnt es dann ganz genau so halt auch hier an der stelle machen mit wo das solo sein soll auch den ausdruckstext nehmen solo reinschreiben und rahmen drum oder rahmen auch weglassen das ist egal und wenn wir das dann abspielen dann klingt es halt wie gesagt so genau so und wenn wir es dann ausgedruckt haben dann sieht das ebenso aus also jetzt noch die alte variante da sind noch die takt zahlen drin und keine tempo bezeichnung genau so funktioniert das ganze zum thema charts noch mal und zwar habe ich ja vorhin schon kurz erwähnten chart ist ja eher also im direkte erklärt das so chart ist eigentlich sowas wie ein fahrplan durch das stück finde ich eine gute beschreibung also einfach wie so eine strecken beschreibung oder sowas oder ja hat so ein u-bahn fahrplan wobei ein trump chart einfacher zu lesen ist für mich zumindest das andere sieht irgendwie aus wie strecken musste das ist wie gesagt meistens nur so ein bisschen information hier sollen wir groov spielen hier sollen irgendwelche kicks sind ja jetzt kann man hier natürlich auch wenn das ein längeres solo sein soll eine wiederholung machen und zum beispiel solotel cue oder weiß der geiler was dann auch noch mal ein paar möglichkeiten ich habe jetzt mal hier eine transkription einfach mal aufgemacht das wäre dann wirklich ein drum sheet ja weil das sind sheet notation also sheet notes oder sheet notation das bedeutet ja auf deutsch nichts anderes als notation und hier ist halt wirklich alles aufgeschrieben also hier geht es mit weit becken hat los dann hier dieses dieses kurze film und kann man hier sagen ich auch noch ein bisschen schöner machen können aber gut das wollte ich so jetzt auch nicht auf jeden fall hier haben wir viel mehr informationen drin da ist im endeffekt ja so gut wie jeder takt ausnotiert glaubt faulen sagen ja keine drin also das wäre dann halt wirklich ein drum sheet und sowas ist halt ein trump chart wo man einfach nur so basic infos haben und man kann natürlich also man kommt damit echt gut klar wenn man sich mal daran gewöhnt hat und es gibt natürlich auch verschiedene arten von trump charts also es kann auch sein dass sie einfach nur so was handschriftliches habt sowas würde ich gleich auch mal noch einblenden wie sowas dann aussieht einfach mal von paar charts die ich mir mal geschrieben habe da ist sowas ist da wirklich schon also wirklich der idealfall tatsächlich kann das kann auch sein dass ihr einfach nur mit klavier notation oder sowas hingelegt habt und müsst dann gucken wie kann ich das dann jetzt irgendwie schlagzeug mäßig umsetzen also jetzt nicht die melodie mitspielen oder so aber anhand zum beispiel von dem was in der bass stimme steht rhythmisch beim klavier da wisst ja schon mal so ungefähr wie man eine bass drum spielen könnte dazu und genau so kommt man da irgendwie durch lustigerweise ist auch gerade in der aktuellen drums & percussion ich habe es so zwar nicht abonniert hatte ich lange aber ich habe vorhin das video gesehen und dachte mir das ist ja lustig dass der direkt da gerade irgendwie auch was darüber macht müsst ihr mal schauen auf youtube bei dem kanal von drums & percussion hat nämlich der direkt auch so ein paar tipps zum thema chart reading da geht es so ein bisschen um shuffle und filz einbauen und wenn man es ausführlich wissen will dann einfach die trance & percussion kaufen diese das aktuelle hilft oder auch einfach mal abonnieren wie gesagt ich hatte das jahrelang abonniert und habe immer noch tonnenweise die hefte rumfliegen und irgendwann hatte ich mich so ein bisschen satten gelesen dran auch aber ich glaube mittlerweile wird es mal wieder zeit da mal wieder so ein abo weil das war auch gar nicht so teuer das hatte damals irgendwie 21 euro im jahr gekostet kommt alle zwei monate ich weiß nicht wie sich die preise geändert haben das wird ein bisschen teurer geworden sondern schätze ich mal dann ist ja alles teurer geworden aber für den input und was man da alles bekommt ist das echt gut okay das soll es schon wieder gewesen sein mit meiner aktuellen folge news com mit tommy kleine info noch am rande und zwar ich habe mit kollegen vor kurzem sind jetzt auch schon wir so ein paar monate auch tatsächlich wir haben schon drei folgen ein podcast gestartet der heißt proberaumstereotypen der podcast für hobbymusiker und rockstars und ihr findet uns auf proberaumstereotypen.de in einem wort ohne bindestrich oder gewöhnt da findet ihr die links wo es den podcast zu hören gibt den gibt es auch auf unserem youtube kanal youtube kanal heißt heißt auch einfach ich glaube tommy und tommys proberaumstereotypen oder nur proberaumstereotypen aber wenn ihr tommy und tommys proberaumstereotypen in youtube eingebt in die suche dann findet ihr uns auf jeden fall oder in meinem kanal auf der startseite habe ich eine playlist gemacht wo die folgen drin sind aktuell sind wie gesagt drei folgen und kommt immer anfang vom monat kommt immer eine neue folge genau soviel dazu und lasst mir ein like da wenn euch das video gefallen hat hat ihr könnt mich gerne abonnieren und wenn es fragen dazu noch gibt gerne in die kommentare schreiben wir sehen uns wieder bei der nächsten folge news com mit tommy macht's gut heuer tommy